Hier und es war's genau Profi am Start. Heute mit einem neuen Steprun Video. Eigentlich mein erstes Steprun Video, aber heute sind wir mit Andi und Tom unterwegs im Steprun Video. Ey Junge, hör auf! Und wir spielen hier auf jeden Fall um 10er. Und Tom, der da... NEIN! Nein, 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 Leute, wir können das noch machen. Wir packen das noch. Nein, warum bin ich gerade so los denn gerade, ey! Ach schon, ich hab eben gerade, war ich so weit vor denen und Andi war die Meinung, dass er beenden muss. Weil ich so weit vorne war. Du bist doch aus! Kommt, Leute! Kommt, komm, komm, komm! Abonniert alle 3-4-8! Und dann seid ihr gut. Oder, ey, Andi, Tom nimmt das doch auch aus! Andi, wie Andi, will ich aufnehmen, dass du wieder verlierst? Push up! Na, das geht! Wir können dann ein Video! Und wir spielen heute Deathrun und ich bin ganz vorne wie immer Kappa. Und mit dabei ist heute Max und Andi! Du bist ein Tär! Oh. Und... O! AHH! Zieh dahin! Jawoll! ANY! JAI DICKER! NEIN! JAWOL! So, die auf jeden Fall! Das war schon halt! Wichtig! Wichtig! JOO! Nein, 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 nein! ich freue mich schon auf meine 10 euro psn-karte aber der ganze der ganze verlierer muss bezahlen werden wie also der letzte muss bezahlen nicht der zweite ja der letzte ja der letzte muss bezahlen also 13 17 zurückgelaufen ich sehe das darf nicht sein die ist bei mir was? Wir haben es geschafft, Leute. Andi ist PC-Spieler, er hat so Vorteile, ne? Hashtag Sieger-Video, Digga. Digga, Andi! Äh, Digga, Andi! Wie ehrenlos kann man sein, Mann! Er ist sogar noch PC-Spieler! Toll, jetzt geht er jetzt zu uns! Normalerweise haben wir da nicht gespielt. Ja! Oh, Mann! Aber ich muss nur den Gewinner 10 Euro zahlen, ne? Ja, nicht Andi! Komm, Digga, ich hab's noch! Mann! So krieg ich keine Zehnten! Nein! Meine, meine! Komm, komm, komm! Spawn doch! Spawn doch! Bitte spawn! Bitte spawn! Ich soll jetzt spawnen! Hä, der ist die weggebrochen! Ey! Ey, Max, das gehört mir jetzt! Nein, 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 meins, 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 meins! Ey, ich bin jetzt ganz unten auf einer. Ja! Dieser Hund, Digga! Er wirft mich! Dankeschön! Hey, jetzt bin ich dran! Nö! Ich bin jetzt! Ich war noch gar nicht! Ja! Ey! Ey! Mach ihn ein! Ey! Wenigstens hab ich alle geworfen! Maxi, du darfst jetzt machen! Ey! Digga! Ich meine! Andi! Digga, ehrenlos! Ey! Komm, bitte spawn doch! Ey, Digga, nee, Alter! Das spawnt nicht! Warum dauert denn das so lange immer! Okay, spawn doch jetzt! So, wenn Andi... So, jetzt bin ich wieder dran, dann ist's doch! Hä, nein! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt Max! Mach Andi! Ich bin dran! Du Junge! Der hat das mit Absicht gemacht, Alter! Jetzt bin ich! Ich bin dran, Max jetzt! Andi! Jawoll! Andi, ich bin jetzt dran! Mach jetzt nicht den ehrenlos, ne! Max, ich bin jetzt dran, gell? Ich bin nicht mal da! Also, aber ja! Ihr wechselt müsst euch ja abwechseln! Aber warum spawnen die nicht schneller? Jetzt bin ich dran, Tom! Jawoll! Mach nicht den ehrenlos! Ich hab's gemacht, Leute! Komm! Nee, ich kann jetzt nix trinken! Ich muss nicht konzentrieren! Digga, Tom ist so ehrenlos! Die gibt mir einfach gar keinen! Ja, geht's schon! Nein! Komm, Andi, du wirst es nicht schaffen, Digga, ich weiß es! Ja! Ja! Ja, ihr könnt nicht länger da bleiben! Also, ich hab kein Problem damit! Ich bin jetzt dran, Andi! Und jetzt geh weg, Junge, du Köppel! Junge, Andi! Mann, 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 Mann! Ey, komm! Ey, Max! Du, Andi, du hast ihn auch getötet! Ja, aber ich mach's einmal! Und nicht zehnmal, Digga! Einmal hab ich's gemacht! Andi, hör auf! Andi! Und ihr lasst euch einfach! Ja, okay, 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 okay! Kommt auf jetzt! Kommt auf jetzt! Kommt, komm! Andi, lass dich jetzt! Jetzt muss er mich nicht noch nehmen! Ja, jetzt seid ihr quitt! Andi, jetzt seid ihr quitt! Hallo, du hast ihn grad zweimal gekillt! Jetzt seid ihr quitt! Jetzt noch nicht! Okay, du hast ihn da! Jetzt noch nicht! Man, auch! Man kennt es halt! Ich bin jetzt! Es ist noch da, es noch da, es war im Geld! Paul Berger! Ach, komm! m es gibt eine halbe er die mich der führer ich habe noch kein neues der abc Nein! Nein! Ich bin hängengebrüßt! Komm, Ben, Vorsprung, Gunn, Vorsprung, Gunn, Vorsprung, Leute, Gunn! Eine... Was ist das denn für'n Scheiß, Alter? Hey, ich hab' kein Boost bekommen! Andi, bis hast du's geschafft! Nein! Ja, ich hab's! Uh, ich hab's! Nein, ich hab's nicht! Nein, ich hab' jetzt zuckt gedrückt! Aber es zuckt nicht! Komm! Ah! Vielleicht bei dir, komm! Aha! Ihr wollt' auf! Zack! Zack! Nein! Jawohl! Komm, Junge! Zack! 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 Nein, das löst nicht aus! Das löst nicht aus! Nein! Nein! Nein, das löst nicht! Nein, das löst nicht aus! Nein! Ich weiß, wie's geht! Nein! Nein! Egal, das ist so easy eigentlich! Nein! Nein, Digga! Lost Modus! Andi, hallo? Ja, hallo? Komm! Geh! Nein, nein! Geh! Hör auf mich zu killen, Alter! Andi! Andi! Sonst geht er einfach rüber, wenn ich die Fallen getriggert habe. Okay, oder wir machen so, dass man ihn nicht darf. Okay, Tom? Na, Digga! Ja, wahrscheinlich! Und das hat er vorhin bei mir auch gemacht! Er blockt mich einfach! Er blockt mich! Was! Ja, nicht sozial, auf minde! Los geht's! Du bist selv, du bist und er that's bei mir auch erster. Nein! Nein, nein. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Hallo? Ja? Alter, was ey, Digger? Du wolltest den Deadlands spielen, doch nicht ich! Endlich! Er hat's geschafft. Nein, er hat's nicht geschafft. Jawoll! Ich hab's! Was ist das sexuelle? Was? Ich hab jetzt gerade viel Anstand. Jawoll. Jawoll, ich hab's, ich hab's gleich, ich hab's! Ja, ich hab's! Ich bin immer beim Level 99 fertig. Es war sonst, ähm... Es verendet ja die Spiel. Ach so! Schein! Komm, Digger. Okay, Maxi! Ja! Jungs! Digger, warum ist mein Headset so kurz? Oh, Jungs! Jungs, hallo? Ja? Ja, Level 14 jetzt. Nein, 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 nein! Max, welches Level bist du? Äh, 50. Nein, warum, 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 warum? Ich dachte... Ich hab keinen Bock immer zu zahlen, Alter. Nein, 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 ich bin doch, was ist das denn? Äh, aber... Eigentlich, eigentlich hätten wir schon gewonnen, Max. Weil er hat einfach beendet und neu gestarten. es ist nicht naja du hast zu in augen gemerkt max digga ganz ehrlich es ist so unfair es ist einfach unfair das ist auch wirklich einfach vor mir und da habt ihr gesagt ja du warst auch auf kartein pech mann alter digga das ist so unfair was ihr macht mich spielt ist so dreckig raus ja andreas halt die fresse du warst einfach auf die junge ja ich sage jetzt auch aber ich bin nicht auf karte gewesen weil du was auf karte und wir haben das gemacht anstatt kann du ehrenlustiger das muss man doch mit allen ich habe doch gesagt es ist unfair und mag es auch aber näher erinnert seine meinung weil er sowieso immer erste ist es ist passiert einen scheißdreck was wir machen und zeigt ja den fucking 130 millionen euro ist mir doch fucking egal also einfach nur fucking unfair du kannst du ja du kannst du die zeit dann ich bin der gefühlt sich erst was du bist bleibend für dich ja ich bin bei euch gleich wo seid ihr er hat dann verdammt Maxis ein Level vor mir ich hasse diesen Fall 55 Axel sind schief benutzt 155 2 3 4 nach dem damit hat machen wir mit natürlich max ist das jetzt den schied oder nicht ich habe ein check port für mich Nein! Voll nattenhaft, was ich hier mache. Andi ist schon mal. Ich glaube, ich bin gerade Erster. Kann das sein? Was? Ich bin gerade Erster. Nö, nicht möglich. Ich bin heute bis an mir noch nicht vorbeigegangen. Ja! Nein, Digga, I'm lost. Nein, Digga, I'm lost. Also, wie kann ich... Nein! Andi hast du den Sheet benutzt? Ja, natürlich. Magst du? Nein. Level 54. Nein, Digga, ich war so close. Ich bin jetzt auch den Sheet mir egal. Ich bin jetzt auch. Ich bin vor diesem Jump-Head, dumme. Jump-Head, dumme. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin jetzt Level 70. Ich bin jetzt Level 70. Ich bin jetzt Level 70. Mach so bist du? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie der vor mir ist. Keine Ahnung. Nein, das war so close, Mann. Bitte, ich will haben so einen Vorteil. Dann müssen wir denen auch noch Geld zahlen. Nein! havwle erst bei mir, Digga. Nein. Erst mit dem Kleck, das hier. Nein, Digga. Nein! Hey! Ah, Angi. Ich hab's. ja ich bin gleich auch in den 80 ich bin so wie Nein! Oh mein Gott, ey, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Taxi, wenn du ehre hast, kriegst du mir welche mit. Nein! Hast du auch nicht gemacht. Ja, ich hatte auch nur eine oder zwei. Ich hab jetzt auch eine. Hä, wo muss man da hin? Bei diesem Jumppad, wo muss man da hin? Da, wo man hin muss, ey. Nein, Digga, close. Äh, Max, ich bring dir welche mit, weil ich in ihrem... Okay, nächstes Mal, wenn wir beide verrecken, nimm ich dir auch welche mit. Nein, das gehört dazu. Nein! Nein, 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 Digga. Wie schwierig ist der Kack? Ey, Digga, ihr habt's, Digga, ihr habt's wie immer gewonnen, Alter, das ist ja klar. Oh mein Gott. Ey, Digga, Mann, Alter, wie muss ich 10 Euro zahlen? Ich bin eh nicht schon pleite genug, Alter. Noch niemanden. Noch? Endlich. Ach, komm, lecken. Du machst die eine. Äh, wir brauchen die eine, okay. Dankeschön. Nein, der duckt sich nicht, der duckt sich nicht, Digga, der duckt sich einfach nicht. Oder wir nehmen zwei und machen das. Nein, Max, du musst mich nicht weg. Ja, geh gut. Hä, was ist das denn? Ah, jump it? Ja! Oh mein Gott, ist das schwierig. Ich bin Level 70. Ich bin Level 70. Nein! Was? Was? Hä, Digga, warum hab ich noch Eisfüße? Ich seh euch, ich seh euch, ich seh euch, ich seh euch, ich seh euch. Ich seh euch. Nein! Digga, ich hab diesen Besser noch nie so gespielt, Alter. Max, hast du gecheatet bei dem Level 55? Nein, hab ich nicht. Ja, ich auch nicht, Alter. Hast du abgezielt, du hast du nötig? Nein, hab ich nicht, Alter. Ich bin von Level 60. Hör auf, keiner auf geht. Verheiß ich, Digga. Ich geh auf, tschüss. Tom, da musst du aber bei uns selbst 10, da musst du uns 10 Euro. Wenn du... Ja, ich hab's. Level 18. Deswegen gib einfach Gas. Nein, Digga, ihr werdet doch eh immer gewinnen. Du kannst ja vielleicht noch... Das ist so unfair gewesen, wegen Andi, Alter. Der musste einfach nichts. Der hat einfach neu beendet, Digga. Der hat einfach beendet und neu gestartet. Wie ehrenlos ist das denn? Ich hab' in der Kopf nachher so ein schwieriges Impuls, wie er will er verkacken. Oh, Alter. Oh, Mann, Digga. Da braucht man aber zwei Impulsis. Da braucht man zwei Impulsis. Da braucht man zwei Impulsis. Halt die Fresse, ich geh ins Partychat. Was hat denn Andi gemacht? Was hat denn Andi gemacht? Er hat beendet und neu gestartet. Nur weil er auf Karum stand. Komm wieder spielen. Komm wieder spielen. Komm wieder spielen. Komm rein. Ist jetzt bei dem Impulslevel. Nein. Hör auf, Maxi, hör auf. Das wird so ehren... Okay, ich geh auf, ich geh auf. Ich geh auf, ich geh auf. Ich geh auf, ich geh auf. 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 Ich geh mal mit Depart. Ich geh auf. Ich geh auf. Ich geh auf. Ich geh auf. Ich geh ja mal mit Depart. Es war schon sehriewT. Ich like mal mit dem Impulsis script.- Heing CD-Phil-Ger Thorp. noch niemand ja eigentlich das ist das denn was muss man hier denn machen genau also das soll jemand schaffen das was hier los ist also der scheißdreck na toll ich habe verloren alter wie immer man nie immer was für einen tüter habt ihr schon wieder geht um ein guter jetzt einfach nur gechütet ja und an die tüte zum zweiten mal natürlich die junge ja aber ich kenne den tüten ja nicht mal oh mein gott ehrenlose geht es doch nicht alte enthält mich blockiert mich aber ich zahl keinen 10 euro digga wachsidea ja Tom hat verlassen so 10 Euro auf unseren Nackenblumen ja 10 Euro Oh, die Zelf hat da wieder irgendwas Hey, guck mal, ich werd im Moment so, ich bleib mal hängen Tschüss bisschen wieder, Alter Was? Was hat er gesagt? Tschüss, bis nie wieder Ach, komm Der kann halt nicht, wenn der Sack noch so um 10 Euro geht, dann macht er das Das ist halt typisch Kannst du auf öffentlich machen? Vielleicht kommen wir ja Du schmeiß die erste direkt an die Kante und dann eine, du musst im Flug gegen die Kante, obwohl sie schon schmeißen Ja, so, 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 so schade Noch ein Ticker Ich hab aber auch ein Schief gefühlt Das kann ich Gefühlt schon, weil man soll es ja mit einer Hand machen Ja, dann kannst du mich mit einer schaffen Jetzt Jawoll Okay, jetzt, warte, warte, ey, 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 bist du bereit? Okay NACH, NACHT 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 Du, wenigss Nein! Ich war in der Kranz, ich muss mich ja nicht befreien. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Sagt, dass das ehrenlos ist. Okay. Kein Problem, da bin ich halt ehrenlos. Ja okay, ganz ehrenhaft war das jetzt auch nicht. Aber ich sag nicht ehrenlos, zwar nicht ehrenlos, okay? Aber auch nicht ehrenhaft. Kannst du damit reden? Das, was Andy gemacht hat, ist ehrenlos. Und jetzt tschüss. Nein, du bist da. Nein. Wie soll das gehen? Ich kann jetzt verlassen, oder? Ich muss ja nicht so spielen. Ja. Ja. Yes, du bist frei. Oh, mein Gott. Andy, äh, Max, findest du das gerecht, Andy? Denn Andy afk ist, dass er gleich neu startet und dann cheatet er zweimal. Ja, und dann sagst du zu mir ehrenlos. Ja, okay, weil du einfach verletzt. Das ist, das ist, das... Ja, aber das, was er gemacht hat... Ich hätte nicht verlassen müssen, das hat er auch nicht verändert und neu gestarten. Andy hat schon wieder gecheatet. Andy hat schon wieder gecheatet. Digga. Ja. Man kann nicht mal über den Levit. Ja, ja, klar. Macht's halt alles so. Aber ich bin ja ehrenlos. Ich bin ehrenlos. Ich bin ehrenlos. Ich bin ehrenlos, Maschinen, der Kaka. ja ich ich ja Andi, dann komm mal kurz zurück und zeig mal, wie ich's machen soll, wenn man nicht schießen kann. Oh, okay, dann komm ich zurück. Verlass doch, unser. Nee, wir können eigentlich wirklich verlassen. Hier, wie soll man das denn? Andi, wie soll man das denn schaffen? Wir pranken dich einfach, alles klappt, ciao. Hey, warum pranken wir dich denn? Warum lacht ihr denn? Warum lacht ihr denn? Warum lacht ihr? Warum lacht ihr? Der kam zu nirgendwo und dann fällt ein Loch voller Fallen. Ja, hinterher, da ist Fallen, du solltest ausrufen. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Ja, werf die ersten... springen als erstes Mal und dann werfen... Legt rum, Alter, Andi, legt rum. Nein. Jetzt nicht mehr. So? Der Mund, Alter, wäre nicht toll, Digger, Alter. Aaaaaaah! Ich hab... Jetzt verlass. Digga, Andi cheatet schon wieder. Okay, ciao. Digga, was ist los mit dir, Alter? Warum verlässt du jetzt schon, Digger? Ja, Hauptsache. Er wollte immer in Deathfront spielen. Er. Ja. Aber nicht, wenn man cheatet, Digga. Einmal cheatet ist okay, zweimal cheaten geht noch, aber dreimal! Ja, er hat nicht geschüttelt, beim dritten Mal, ich glaube. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Oh, mein Gott. Ey, Mann, ihr bringt mich so auf, meine Nerven, ihr kostet mich alles, Alter! Ja. Digga, wenn sie ein Stream noch an... Halt die Fresse, jetzt kommt raus! Oh, ja, jetzt wird's... Warum so viel rauskommt? Sie sind doch so behindert. Okay, tschau. Andi, hör auf! Hallo! Das ist nur ein tolles Video! Oh, Mann! Ja, das wird... Ja, okay. Ah, kommt's wieder rein! Hi! Was ist... Was wollt ihr? Oder du spielst nochmal von Level 1! Ja. Bis wir's geschafft haben. Max? Ja? So hat sie. Weißt du noch, was ich mit Andi gestern gemacht hab? Äh, nein. Meine Freunde ist lustig. Ich hab... Wenn ihr mir weiterer auf den Keks geht, dann empfehle ich euch einfach beide. Wir sparten so noch... Ey, Digga, wir machen sogar noch die, dass wir nochmal von neu starten, Alter. Und er legt das ab. Achso, und Tom, wir können ja auch neu starten, dass du mit nochmal von Andi an mitmachen kannst. Aber es ist unfair einfach. Ich bin dann auch unfair, weil ich mach dann Andi an die Aktion. Und kein Tom macht mehr Andi an die Aktion. Können wir nicht einfach Team spielen? Machen wir mal? Machen wir aber nicht. Dann kommt raus. Tja. Machen wir das, Andi? Okay. Okay. Das ist nochmal von vorne. Hä, das ist doch scheiße. Ich komm mit meiner Totenkammer immer an die Fallen rein und nicht an den Checkpoint. Ach, Mann, Alter. Warum immer den Deathrahmen? Können wir einen anderen machen? Nix kannst du einen anderen machen. Dann komm ich weit. Okay. Okay, Andi, komm raus. Niemand von uns hat gewonnen. Nix. Zehn Euro. Ja, okay. Von zehn Euro.